Moin Leute und damit herzlich Willkommen zu diesem UN-Video auf meinem Kanal. Und heute fängt ein neues Format und an und zwar Google Rappt Lieder. Und let's go! Bratans, Bratinas, Bratuhas, was geht ab? Ich hoffe, euch allem geht's gut, ich hab ein Anliegen, viele Leuten haben über mich geredet, natürlich auch viel Schlechtes und egal. Was sie gesagt haben, sie wollten mich verändern, sie wollten mich ficken, sie wollten uns fallen sehen, aber merkt euch eine Sache, der Bratant bleibt der gleiche, h-a-h-b-r-a. Ich hab's echt schlecht gehabt, denn es gab Menschen in meinem Leben, die sich blenden lassen haben, von Millionen Verträgen Menschen, die mich Bruder nannten, die gesagt haben, Dass sie Kapi lieben, doch hinter Kapis Rückenpläne schmieden, sie haben spekuliert, diskutiert und prophezeit, sie haben gesagt, mein Hype hält nur für ne kurze Zeit, sie haben gesagt. Der Junge kommt nicht weit, sie haben gelacht, aber ich hab sie gefickt, Bruder, über Nacht, sie haben gesagt, ich werde fallen und mich wird keiner fangen, sie haben gesagt. Sie warten vor der Tür mit Ballermann, sie haben gesagt, sie wollen mein Para haben, was soll ich sagen. Capital hat keine Angst vor ein Para-Arabant, sie haben gesagt, ich wär ein Junkie. Der San-Cash-Verb-Alat, dieser Junkie, der die Vorstadt-Villa-Cash bezahlt hat, sie haben gesagt, sie wollen mich ficken, wenn ich nicht bezahle, aber Gott ist Großbruder. Größer als ihr alle, B-R-A, ich hab gekämpft für meinen Erfolg, ja, B-R-A. Und keinen dieser Schritte je bereut, nein, B-R-A, ach, ihr könnt reden. Was ihr wollt, wir gehen trotzdem auf die Eins und trotzdem holen wir Gold, B-R-A, ich hab gekämpft für meinen Erfolg, ja, B-R-A. Und keinen dieser Schritte je bereut, nein, B-R-A, ach, ihr könnt reden. Was ihr wollt, wir gehen trotzdem auf die Eins und trotzdem holen wir Gold, B-R-A-A. Sie haben gesagt, sie hätten Capital gemacht, ich war bei Rep am Mittwoch. Da hat keiner Capital gekannt, ja, als Capital alleine stand, B-R-A, keine Manager, jeden Promo-i-Move hat Capital geplant, B-R-A. Sie haben gesagt, ich hätte Angst und würde mich verstecken, ha, 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 sie setzten wetten, der Junge hört bald auf zu rappen. Ah, sie haben gesagt, ich bin gefickt durch T-Li-Din-Tabletten, U-F-F-B-R-A. Ja, ich bin gekommen, um Berlin zu retten. Ah, sie haben gesagt, sie hätten mich gepackt und abgezogen, ha, ha, sie haben gesagt, ich wär arrogant und abgehoben. Ja, sie haben gehofft, ich würde sterben an den Drogen-Alp. Hier ist Capital auf, erstanden von den Toten, B-R-A. Ah, ich hab gekämpft für meinen Erfolg, ja, B-R-A. Und keinen dieser Schritte je bereut, nein, B-R-A. Ach, ihr könnt reden, was ihr wollt, wir gehen trotzdem auf die Eins und trotzdem holen wir Gold, B-R-A. Ja, ich hab nix studiert oder so. Irgendeinen Scheiß-Bruder-Herz, aber ich weiß was vom Leben und ich weiß, ich weiß, Gott ist auf unserer Seite bei den Menschen. Die ein reines Herz haben, habt ein reines Herz und ihr kommt weiter. Berlin lebt Capital B-R-A. Das war's mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Postive-Bewertung freuen. Wenn ihr bis hier geguckt habt, schreibt Hashtag Bratenami in die Kommentare. Und schreibt Lieder in die Kommentare, bei denen ich das als nächstes machen soll. Bye.